Menschen, Meinungen, Mauldasche. Antenne 1 präsentiert Baden-Württembergs Kult-Comedian Dodo K. Vereinssitzung vom SV 49 im Adler. So, Tagesordnungspunkt 9c. Am Samstag ist ja wieder das grausige Konzert vom Ü80-Chor drieben in der Halle. Und jetzt ist die Frage, wer von uns das Jahr da nahm muss. Wieso müssen? Das Jahr soll doch alles anders werden. Die will doch Covers vom Justin Bieber und von der Rihanna singen und von der Beyoncé. Das war doch gut. Das können die alten Gnatle doch gar nicht mehr. Das letzte Jahr musste man eine von der Bühne tragen, weil der Rollator eine Platte gehabt hat. Da war ja dann wohl die Luft draus. So, ich komme. Hier ist Ihr Windbeitel. Ja, Sigrid, warum siehst du mich? Ich bin's doch die Hilde. Ah, ich habe die Arsch gar nicht gekannt. Leute, wir sollten uns auf dem Konzertschub liegen lassen. Ich frage mich was ganz anderes. Wie soll denn der Chor auf der Bühne auftreten, wenn da noch hunderte von Kaugummis von der letzten Jugenddiskoppe... Leute, das ist doch jetzt egal, wer geht zum Konzert von dem Ö80-Chor. Also, ich gehe da auf keinen Fall nach. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Das kannst du doch da hören. Also, ich würde ja mit meiner Frau nachgehen. Das ist doch gut. Das ist doch einfach frei. Aber die schwätzen auch wieder so ein Dreck an die Leute noch, dass ich mich eine Woche lang schämen muss. Und die Kaugummis beppen immer noch auf der Bühne. Da habe ich eine gute Idee, die, die gut ist. Da kratzt man die Kaugummis von der Bühne runter und steckt sie dem Heiner Vetterli in die Ohren rein. Na hört er das blöde Geschwätz von seiner Frau nicht mehr und muss sich auch nicht mehr schämen. Jetzt hören wir doch nicht. Jetzt ist doch ein bisschen, wenn wir nicht mehr schämen. Dann sind doch mal ruhig. Ich glaube, unsere Wirtin weiß da wieder etwas dazu. Ich habe euch eine Bauernregel dazu. Schämst du dich für deine Alte? Schuckst sie in eine Gletscherspalte? Neues vom SV 49 in der neuen Antenne 1 Morgenshow. Mit Nadja und dem Ostermann.